Herzlich Willkommen bei Ballas Capital. Unser Thema heute, wie kaufe ich einen Privatjet? Und ich freue mich sehr, dass wir Stefan Kreiner bei uns zu Gast haben. Servus Stefan. Servus Florian. Danke, dass ich bei euch sein darf. Zu Zeiten von Corona ist ja das Fliegen im Privatjet sehr bekannt geworden. Man kann sich relativ einfach einen Jet mieten. Die Broker bewerben ihr Service überall im Internet. Wenn man sich aber einen Jet kaufen möchte, stellt man fest, dass es eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Du brauchst nicht nur sehr viel Geld, sondern musst auch unglaublich viele juristische und technische Dokumente bewältigen. Das ist alleine kaum machbar. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mir einen Jet kaufen, was sind aus deiner Sicht die ersten wichtigen Schritte, die jemand gehen muss? Also der wichtigste Schritt ist, sich bewusst zu sein, was ich mit dem Flugzeug will oder was ich von dem Flugzeug will. Ist es für mich jetzt ein Business Tool? Ist es für mich ein Investment? Oder ist es ein Treu? Für die meisten ist es ein Tool, aber gerade jetzt zum Beispiel in Amerika mit der beschleunigten Abschreibung, was auch sich auf den Markt ausgewirkt hat, kann es auch ein durchaus interessantes Investment sein. Deswegen haben die Amerikaner in den letzten zwei Jahren so viele Chats gekauft wie noch nie, weil es de facto geschenkt war. Aber in der Regel, wenn du sagst, es ist für mich ein Tool, dann sind mir Kunden am liebsten, die mit einer Idee zu mir kommen, was sie brauchen, oder zu uns kommen, nicht so spezifisch zu mir, und wir beginnen mit ihnen dann das richtige Flugzeug zu suchen. Die meisten kommen zu uns schon mit einem viel zu großen, viel zu teuren Flugzeug, dass ihr ganzes Geld auffrisst, mehr kostet, als es kosten müsste, für das, was sie fliegen. Also das ist einmal das Wichtigste, das muss man sich bewusst sein. Brauche ich jetzt eine, sagen wir, G650 Gulfstream, mit der ich über den Atlantik fliegen kann und bis nach L.A. oder fliege ich nur Mission Prag-Zürich. Dementsprechend habe ich ein anderes Profil. Fliege ich zu Zehnt, fliege ich zu Zweit. Das ist einmal wichtig. Da musst du dir auch natürlich deinen Kunden anschauen. Ist dein Kunde jetzt zwei Meter groß, dann wird er mit einem Citation-Chat wahrscheinlich wenig Freude haben, weil der sitzt da drin wie ein Uhagern. Das muss man einmal definieren. Und dann gibt es halt einen Schnittpunkt. So wie du jetzt halt auch, wenn du ein Haus kaufst, dann definierst du ja auch einen Leistungskatalog oder was soll das Haus können, wie groß soll es sein, welche Lage soll es haben und genauso macht man es vernünftigerweise, bevor man einen Jet kaufen geht. Du hast Amerika erwähnt, ist natürlich ein komplett anderer Markt, der ist viel größer und auch sozusagen bietet sehr viele Vorteile, auch für Private Jet Owners, steuerlich etc. Bleiben wir jetzt einmal in Europa. Europa ist ein klassischer Geschäftsmann, der in Wien oder in Frankfurt seine Basis hat und sagt, er hat so seine Routen, er fliegt hin und wieder nach Dubai, er fliegt vielleicht in die Türkei, macht Geschäfte mit Ostländern, fliegt nach London hin und wieder, fliegt zwei-, dreimal in der Woche geschäftlich und auch hin und wieder privat mit seiner Familie nach Zypern oder nach Griechenland im Sommer. In welche Richtung Flugzeug kann man da denken? XLS ist ein Challenger 350 dann zum Beispiel zu groß. Wenn du sagst Dubai, dann brauchst du schon die Größe Challenger 350, damit du die Reichweite zusammenbringst. Mit einer XLS brauchst du einen Zwischenstopp nach Dubai. Fliegst du jetzt einmal im Jahr nach Dubai, könnte man sich überlegen, vielleicht doch eine XLS zu nehmen, die eine Stand-up-Cabin schon hat und halt den Flug nach Dubai zu chartern. Das ist halt dann die Frage, fliege ich oft Langstrecke, dann macht es natürlich mehr Sinn. Oder wir hatten zum Beispiel auch Kunden, die haben sich eine Gulfstream gekauft, weil der in seinem Flieger, also der hat einen ganzen Flugbetrieb für ein Flugzeug aufrechterhalten, weil für den die Diskretion sehr wichtig war. Der wollte mit seiner Crew fliegen, nicht immer mit einer Fremden, der wollte in seinem Flugzeug fliegen, wo er weiß, dass das sicher nicht abgehört wird, weil der viele Geschäfte auch in seinem Flugzeug macht. Und das ist ihm wichtig. Deswegen fliegt er halt auch mit einer Gulfstream in Europa herum. Und halt zweimal im Jahr, wenn es sich so auszahlt, zu seinem Feriendomizil. Wie steht es mit dem Thema neues Flugzeug kaufen oder gebrauchtes Flugzeug kaufen? Weil da hört man auch oft, dass aufgrund der langen Bestellzeiten und der Limited Editions zum Beispiel gebrauchte Flugzeuge sogar teurer sind als Neuflugzeuge. Was sagst du dazu? Im Moment ist der Markt total verrückt. Also ein Flugzeug ist nichtsdestotrotz ein Asset, das sich abnutzt. Also wie ein Auto ja auch sich abnutzt, außer ich habe einen, und dadurch einen Wert verliert, außer ich habe irgendein Sammelstück und greife es nie an. Ja, aber sagen wir, der Regelfall. Das Gleiche gilt eigentlich für ein Flugzeug auch. Jetzt ist es aber aktuell so, dass gerade durch diesen Kaufrausch in den USA der Gebrauchtwagenmarkt de facto leer ist. Also es erholt sich jetzt wieder aus Gründen, die wir auch kennen, aber dadurch ist natürlich ein Gap zwischen Angebot und Nachfrage. Die Hersteller, die vor zwei Jahren noch relativ gute Discounts gegeben haben, geben jetzt überhaupt keine mehr. Also du kaufst zu Listenpreisen, der erhöht sich und hast noch immer eine Warteliste von drei Jahren. Brauche ich das Flugzeug jetzt? Und dann hat es natürlich einen Preis. Und dann ist es, also wir haben wirklich Flugzeugdeals gesehen, das sind Flugzeuge, die du normalerweise für vielleicht eine Million kaufen würdest und dann zwei reinstecken, bis das wieder flugtauglich ist. Stellen wir sie für 5, 6 Millionen über den Tisch gegangen. Einfach weil die Leute ein Flugzeug gebraucht haben und keins mehr verfügbar war. Das ist natürlich kein nachhaltiges Szenario, sagen wir so. Wir haben jetzt interessanterweise schon zwei Flugzeugtypen angesprochen. Also die XLS war das, die Challenger 350, damit sich unsere Zuseher was darunter vorstellen können. Wir werden vielleicht beide Flugzeuge dann kurz einblenden. Die XLS ist ein klassischer Businessflieger, wo du so gemütlich vier bis fünf Stunden glaube ich fliegen kannst. Genau. Wenn das jetzt jemand kaufen möchte, kannst du kurz sagen, was kostet so eine XLS gebraucht und neu, wie viel muss man rechnen heute? Ich glaube bei der XLS bist du aktuell im Bereich von 9 Millionen neu. Nagel mich bitte nicht darauf fest, das ist natürlich auch eine Frage der Ausstattung. Wie ist das Cockpit ausgestattet, welches Interieur habe ich drin und und und. Gebraucht haben sie einmal begonnen und bei drei ist aber mittlerweile auch, kannst du für den gleichen Flieger auch schon sechs zahlen. Die XLS ist ja ein Flugzeug, das seit mittlerweile 20 Jahren gebaut wird. Früher war es die Citation Excel, dann die XLS, also dann die, ja dann die XLS, jetzt die XLS Plus, gibt es mehrere Generationen. De facto kannst du, kriegst du das gleiche Flugzeug, in einer älteren Generation halt halt dann ein bisschen anderes Cockpit, für einen schon sehr guten Preis. die Performance ist dann relativ gleich. Challenger 350 ist, also es sind zwei sehr beliebte und sehr gute Flugzeuge. Challenger 350 ist halt dann schon, da sind Sessel, du kennst es schon drin, die sehr, sehr gemütlich entsprechen, auf dem wir sitzen. In der XLS ist es doch noch eher schmäler. Und im Challenger hast du dann halt den Vorteil, dass du notfalls auch die Sitze beziehungsweise die Doppelsitze zu einem Bett umbauen kannst und damit auch über Nacht fliegen kannst und entspannt an deinem Ziel ankommst. Wo sind wir bei der Challenger 350 preislich circa? Challenger 350 preislich bist du jetzt neu, ich glaube im Bereich von 24, 24 bis 28 Millionen. Damit kommst du aber schon jetzt direkt mit mehreren Passagieren gemütlich nach Dubai, also wie in Dubai. Das geht sich dann schon aus, ja. Da bist du dann, ich meine schon auch on the edge, aber das geht schon. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte sein Flugzeug haben, wie gesagt, dann machst du mit die ganzen Vorgespräche, das Ganze evaluieren und dann der wichtigste Part, du gehst auf die Suche nach einem passenden Flugzeug. Genau. Weil das kann ja irgendwo auf der Welt stehen, das kann theoretisch auch in Australien stehen. Genau. Der große Unterschied zwischen unserem Zugang bei der Primus und jetzt einem Broker ist, ein Broker will dir natürlich sein Flugzeug verkaufen. Was er on stock hat. Was er on stock hat oder mit dem er halt einen Vertrag hat mit Reigentümern. Da ist immer das beste Flugzeug, der Broker hat immer das beste Flugzeug. Da kannst du tausend Broker fragen, tausend beste Flugzeuge. Das heißt, du brauchst jemanden, der dich da ein bisschen durchguidet. Das ist jetzt vielleicht kein, das werden die Broker nicht gern hören, aber das ist wie beim Gebrauchtwagenhändler auf der Dresdner Straße. Der hat auch immer das schönste und beste Auto. Du suchst mehrere Modelle aus weltweit, suchst du die Komplikationen aus und auch den Status des Services wahrscheinlich, oder? Genau. Also wir schauen die History von dem Flugzeug. Wie viel jetzt, wenn jetzt zum Beispiel vielleicht flingst du ein günstigeres Flugzeug, das eine neue Kabine braucht, weil sie schon ein bisschen abgeflogen ist. Was kostet das Refurbishment und so. Irgendwo gibt es dann einen Sweet Spot, den wir als den empfinden würden. Das präsentieren wir dann natürlich dem Kaufinteressenten. sagen, das sind jetzt die drei besten Flugzeuge für die Mission, die du uns gesagt hast. Dann gibt es noch immer welche, die sagen, ich will aber das schnellste Flugzeug, das ich kriegen kann. Na okay, dann fangst du wieder mehr oder weniger von vorne an, aber ist so. Und dann geht es mit der eigentlichen Arbeit los, Firmen gründen, auf die bestehende Firma schreiben, international registrieren, technische Dokumente ausfüllen. Genau, also dann beginnt es halt, wird der Flieger über eine SPV beschafft oder ist es ein Firmenflugzeug, wird das Flugzeug verchartert. Du kennst ja auch einige Chartergesellschaften, bist unter anderem auch schon mit unseren Kunden geflogen. Und das ist natürlich auch eine Frage. Habe ich das Flugzeug nur für mich, unter Anführungszeichen, dann würde es wenig Sinn ergeben oder weniger Sinn ergeben, das Flugzeug in eine kommerzielle Operation zu geben, weil die ja natürlich darauf ausgerichtet ist, das Flugzeug zu verchartern. Also mein Beispiel, wenn jetzt jemand viermal die Woche fliegt oder fünfmal sogar, dann macht verchartern ja keinen Sinn, weil dann braucht den Flieger, wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt in einer Stunde fliegen. Genau, dann hast du halt deine Crew und Standby und dann hast du deine eigenen drei Crews oder so, die sich im Radl dann durchtauschen und dann hast dein Chauffeur und dein Flieger immer ready. Wenn du fünfmal die Woche fliegst, dann ist verchartern wenig sinnvoll. Wenn du sagst, du hast das Flugzeug jetzt als Asset und fliegst, das ist jetzt einmal die Woche, dann kannst du sechs Tage die Woche verchartern, sofern es dich nicht stört, dass jemand andere in deinem Sitz sitzt. Das ist natürlich immer auch eine Frage der Klientel, warum fährst du nicht immer mit dem Taxi, sondern mit dem eigenen Auto. Ich würde das auch stören, wenn jemand mit meinem Auto die ganze Zeit Die Frage des Komforts und des Luxus. Genau. Und wie lange dauert das vom Tag der Entscheidung, wir nehmen jetzt diese Challenger, bis das Flugzeug dann wirklich angebordet ist bei der entsprechenden Firma, dass es dann wirklich auch flugbereit ist für dich. Gibt es einen Richtwert, ein, zwei, drei Monate? Ich würde schon mit drei Monaten konservativ rechnen. Wenn du jetzt natürlich ein Flugzeug sagen, wie in Österreich findest, das bleibt in Österreich, vielleicht bleibt sogar in der gleichen Operation, dann ist das eine Sache von ein, zwei Wochen. Dann ist es hauptsächlich das Legal-Thema, das ist der Bottleneck. Wie schaut es mit den Nebenkosten aus? Gibt es natürlich, wenn du jetzt den Flieger importierst, dann hast du die Kosten vom Ferryflug, du brauchst vielleicht auch noch eine Ferrycrew, weil du noch keine eigene hast, die Register verlangen natürlich etwas für den Import, die technische Dokumentation und so, also du kannst schon, ich würde vernünftig kalkulieren, schon mit einem sechsstelligen Betrag, niedrig sechsstellig, ist natürlich, wenn ich einen Flieger aus China hole und die ganze Dokumentation übersetzen müsste, das ist etwas anderes, als jetzt in Österreich, in Österreich kommst du wahrscheinlich sogar mit ein paar Tausend da durch. Das heißt, 100, 200.000 Euro für ein internationales Flugzeug samt der ganzen Dokumentation? Genau, also das halte ich für einen vernünftigen Wert. Man kann ja ein Flugzeug auch leasen, man muss ja nicht alles in Equity hinterlegen, also nicht alles Cash überweisen. Grundsätzlich sind ja die Leasingraten relativ überschaubar und es gibt professionelle Banken, die das machen, glaube ich in Österreich auch einige Banken, Oberbank und so, die bieten ja Flugzeugleasing an. Wie viel vom Kaufpreis an sich kann man als Leasing nehmen? Gibt es da Richtwerte? Das ist wirklich brutal unterschiedlich. Bei einer mittleren guten Bonität des Kunden? 60, 70 Prozent des Kaufpreises? Ja, so in die Richtung kannst du kommen, mehr nicht. Es hängt natürlich davon ab, wenn du jetzt bei der Credit Suisse mit einem neunstelligen Betrag Kunde bist, dann ist es leichter für die zu leasen. Wenn du jetzt als Kunde mit einer 20 Jahre alten Maschine kommst und mit der Bank kein Verhältnis hast, dann wird es schwierig, weil der Aufwand für die ist dasselbe und die Margen sind auch nicht so großartig, deswegen lehnen sie Flugzeuge unter 4 Millionen finanzieren. Schwierig. Jetzt haben wir den Flieger geholt, wir haben ihn geleast, alles ist piccobello fertig, der Flieger steht in Wien beim VIP Terminal, wir haben aber noch keine Piloten. Wie geht es dann weiter? Ja, also ich würde die Piloten schon vorher suchen, weil da muss sie ja auf, wenn sie noch nicht auf dem Flugzeug sind, dann musst du sie auf Training schicken, das dauert wieder mehrere Wochen, sie müssen ihre Checkflüge machen. Wenn du parallel zum Kauf machst du auch die Piloten- und die Crew-Zusammenstellung? Unsere Aufgabe ist primär die ganze technische Abwicklung, für das ganze Operative arbeiten wir mit Partnern, wie zum Beispiel der Avcon Jet zusammen, oder LPN Flight Services, Firmen, die sich auf die Operation spezialisiert haben, weil die das einfach besser können. Wenn jetzt der Ona jetzt nur selbst fliegen möchte, dass er das Flugzeug nicht verchartert, gibt es da so Art Bewerbungsgespräche mit den Piloten, weil da muss auch eine Art Sympathie da sein, oder? Wie läuft das dann ab mit der Praxis? Das hängt vom Eigentümer ab, also in der Regel, es bildet sich dann ein Vertrauensverhältnis, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich einen Ona mal beim Interview mit den Piloten dabei gesehen hätte, also das ist meistens, die meisten wollen mit ihren Piloten fliegen, es gibt auch Flugzeugeigentümer, die haben eigentlich Flugangst, die bauen natürlich dann ein Vertrauensverhältnis mit der Crew auf und die wollen dann auch nicht immer die Crew, aber jetzt beim Interview hast du die eigentlich nie dabei. Jetzt ist der Kaufpreis und Nebenkosten das einmal eine Komponente, dann geht es aber eigentlich los mit den laufenden Kosten. Gibt es, wie wir schon gesagt, die XLS so bei ca. 9 Millionen Anschaffungspreis, die Challenger so zwischen 20 und 25 je nach Ausstattung, gibt es eine Faustregel, wie viel Prozent vom Kaufpreis die Operational Kosts ausmachen? Hängt natürlich immer davon ab, wie viel du fliegst, aber selbst wenn du nicht fliegst, würde ich schon mit 10% deines Kaufpreises budgetieren. Ehrlich? Ehrlich. Das ist natürlich früher, das darf man jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, wenn du in Nukuva 3 in der ersten Reihe stehst im Hangar, in Moskau, dann kostet dich allein der Hangarplatz dort eine Million pro Monat, einfach weil du Angebot nachfrage, mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr. oder stehe ich jetzt in Bad Füßlau? Also wenn man sich um 10 Millionen einen Jet kauft oder um 9 Millionen sollte man wissen, dass man eine Million laufend immer locker zur Verfügung hat, sonst macht das Ganze eigentlich keinen Spaß und der Stress. Also allein schon Piloten, wenn du gute qualifizierte Piloten hast, dann verdienen die ja auch dementsprechend. Das ist ein sehr großer Posten. Das heißt, kann dich ein gutes Cockpit setzt dich brutto um 200.000 im Jahr zurück. Also das musst du halt mit einem kalkulieren. Eine Crew. Wenn du natürlich eine billigere Crew hast, aber das willst du nicht. Ihr monitort ja auch die komplette technische Wartung. Wie oft muss ein Flugzeug gewartet werden? Wie oft müssen die Düsen, das Fahrwerk etc.? Wie schaut es damit aus? Technische Wartung? Das ist natürlich viel komplexer als jetzt beim Auto, wo du einmal im Jahr zum Service fährst oder halt alle 20.000 Kilometer oder whatever. Du musst denken, das Flugzeug ist so ziemlich die komplizierteste Maschine in ihrer Gesamtheit, die die Menschheit baut. Von der ISS vielleicht abgesehen. Du hast Hydraulik, du hast Pneumatik, du hast, das Ganze muss funktionieren bei fast Schallgeschwindigkeit, bei Temperaturen von plus 50 bis minus 50 Grad. Das ist ein sehr, da muss sehr viel getestet werden und dementsprechend teuer sind auch die Komponenten und dementsprechend oft werden die überwacht. Dadurch hat es aber den Vorteil, dass auch ein 20 Jahre altes Flugzeug, wo ein 20 Jahre das Auto wirklich alt ist, eigentlich nicht alt ist, weil es ständig überholt wird. Also das Fahrwerk kommt alle 10 bis 12 Jahre raus. Selbst wenn du jetzt einen Reifen wechselst, wird die Felge auf Risse geprüft. Die Struktur wird geröntgt bei manchen Flugzeugtypen regelmäßig oder mit anderen Methoden überprüft. Das heißt, nicht so wie im Auto, sagst du, okay, aber Rostloch wurscht, lackieren wir drüber, sondern wenn nicht irgendwo Korrosion ist, muss die weggeschliffen werden, muss gemessen werden, ob noch genug Restmaterialstärke, damit in vielen Fällen wird dann noch die Lebensdauer kalkuliert, werden zusätzliche Checks eingeführt. Also bei einer Maschine wie einer Challenger 350 hast du ungefähr 5000 Checkpunkte. Innerhalb eines Jahres? Insgesamt ist es natürlich unterschiedlich. Sagen wir im Schnitt hast du 500 Kontrollpunkte auf dem Flieger, manche öfter, manche weniger oft. Das Fahrwerk, das alle 10 Jahre fällig ist, kommt nur alle 10 Jahre raus und wird dort ein Riss geprüft. Der Pilot geht vor jedem Flug einmal rund ums Flugzeug und schaut, ob es nicht irgendeine Beschädigung gibt von irgendeinem Vogel oder so, das kommt ja auch vor. Oder halt irgendeinen Hasen haben wir auch schon gehabt, den es halt dann beim Takeoff erwischt. Das heißt, je nach Intensiver der Check, desto seltener, aber desto mehr ist es auch in die Richtung kalkuliert. Du hast anfangs sehr, sehr schön die verschiedenen Nutzermodelle beschrieben. Wir haben jetzt sehr viel über den Eigennutz gesprochen, also geschäftlich und privat. Jetzt meine abschließende Frage, ist ein Flugzeug auch ein gutes Investment, wenn man es kauft, das Investment und das sozusagen in den Charter gibt? Aktuell ja. Ich persönlich würde davon abraten, ein Flugzeug als Investment zu kaufen, weil sich der Markt relativ schnell drehen kann. Also 2008 hat man das gesehen, das ist mit einem Schlag war alles weg. Bei dieser Krise sind wir sehr gut ausgestiegen als Business Innovation, einfach weil keine Airlines geflogen sind und der Bedarf da war. Aber ich würde mir kein Flugzeug als reines Investment kaufen. Wenn du dir ein Flugzeug kaufst, dann weil du es benötigst oder weil du es haben willst. Nicht, weil du sagst, okay, es ist ein gutes Investment und es muss sich selbst finanzieren, weil das kann so sich drehen. Das ist halt ein sehr volatiles Geschäft. Jetzt meine Anschlussfrage, nachdem du ja dann wahrscheinlich nicht dein eigenes Geld in Flugzeug als Investment steckst, was machst du mit deinem verdienten Geld? Wo investierst du? Hast du an Bitcoin, hast du langweilige Vorsorgewohnungen, investierst du in Boeigen-Aktien? Ein bisschen von allem. Also diversifiziert? Natürlich, ja. Primär geht das meiste ins Unternehmen, sonst hätten wir jetzt nicht, vor einem Jahr waren wir das erste Mal da und haben mit einer Mannschaft gesprochen, und jetzt sind wir innerhalb von einem Jahr dreimal so groß wie damals. Das geht nur, wenn du alles, was verfügbar ist, ins Unternehmen steckst. Das Privatvermögen, ich habe das Glück gehabt, dass ich den Bitcoin noch für 500 Euro gekauft habe. Hoffentlich nicht verkauft? Nein, nein, da sitze ich drauf wie die Henne am Ei auf meinem Ledger und noch ein paar andere Kryptowährungen, habe ein paar Aktien, habe vor zwei Jahren einmal zwei kleine Wohnungen gekauft, da habe ich festgestellt, die nächsten Immobilien, die ich kaufe, sind ganze Zinshäuser, weil diese Eigentümerversammlungen, die tue ich mir nicht mehr an, das ist einfach anstrengend. Danke vielmals für dieses coole Gespräch, ich wünsche dir im wahrsten Sinne des Wortes noch einen guten Flug und ich freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Danke Florian, danke, dass ich da sein dürfte. Liebe Zuseher, herzlichen Dank für Ihr Interesse, bleiben Sie gesund und investieren Sie smart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.